So, Leute, dann wollen wir mal das machen, was Lee sagt. Wir müssen, glaube ich, meines Wissens, um die Pillen zu holen, ins Büro. Okay, ich soll nicht raus. Aber wie kommen wir denn zur Apotheke? Achso, okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Das war mein Vater. Er würde es hier aufhören, von Zeit zu Zeit. War er sick? Er war okay. Mich würde jetzt mal echt interessieren, ob man da... Ob man da hätte... ...den Stock benutzen können? Oh, ich hoffe, ich... Ich hoffe wirklich, Leute, dass die Eltern da jetzt nicht... Oh, Clementine ist so süß. Ich habe Kinder. Nein. Du hast keine Familie? Was machen? Was machen deine Eltern? Meine Mutter ist ein Doktor. Und mein Vater ist ein Enginier. Das sind gute Arbeit. Was ist dein Job? Ich, äh, teache Historie und Schrift. Und so. Also, um... Also, äh. So, wie so? Ja, so. Du hast mir eine Frage gestellt. Gut, ein wenig weiteres her. Warum willst du nicht über deine Familie sprechen? Sie, wie sie, dich schrauben? Ich gehe das nicht. Hm, ich hoffe nicht, es ist nur kompliziert, weil sie tot sind. Ich würde ihnen keinen Vorwurf machen. Hm. Na gut, ne? Wir wissen ja, wo wir am Anfang auf dem Weg waren. Wir waren ja auf dem Weg ins Gefängnis. Nehmen wir das. Ich bin nicht ein schlechtes Mann, okay? Dinge passieren und wir haben nicht viel gesprochen. Meine Eltern sprechen nicht mit mir, wenn ich in die Probleme bin. Ich kann es sich verraten. Ow! Oh nein! Das wissen wir ja Gott sei Dank schon, wo das ist. Oh, was ist das denn? Okay. Let's have a look at that finger. How? It hurt. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. Let's get this cut covered up. What if my parents come home and I'm not there? They'll track us down. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me and to them, okay? Wir können der Lütte nicht an den Kopf werfen, von wegen, dass wir glauben, dass die Eltern tot sind. Das können wir nicht tun. Ah, da ist die Fernbedienung. Dann schauen wir doch mal, ob überhaupt noch... Ja, das habe ich mir eigentlich auch schon gedacht, dass keine Nachrichten mehr laufen. Reusper, Reusper. Kann ich mich noch weiter mit... Glaubst du, alle sind okay? Wie geht es deinem Finger? Everyone out there seem all right, do you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah, we'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Okay, dann bin ich mal jetzt echt gespannt. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. Aber ich glaube... It's locked. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Ach, Quatsch. Wir haben... Oh nein. Das funktioniert nicht. Ich muss die Schüssel finden. Oh. Okay. Ich muss die Schüssel finden. Kann ich hier noch irgendwas? Ich hoffe, dass wir nicht noch irgendwie... Dass wir irgendwie auf die Eltern treffen von Lee, das wäre echt wirklich sehr, sehr traurig. Aber ich glaube, so wie sich die Spuren hier verbreiten, glaube ich, dass die nicht mehr hier sind. Warum geht das nicht? Ich brauche die Schüssel. Okay. Und wo sind die Schüssel, Lee? Sind die hier, oder? Hier haben wir wieder Energie-Riegel. Okay, da steht er definitiv vor. Da kann es nichts geben. Komm, gehen wir ihm mal. It's not much, but here. For the board. Aw, thanks, Lee. He appreciates it. That's sweet, Lee. Okay. Fotos untersuchen. Zeitungsausschnitte. Großkarte. Wie geht's das? Okay, dann ziehen wir uns mal um. Dash. Ach du Schei- Schei- Entschuldigung. They eat you, and whatever's left comes back as one of them. I think it might be more than a couple days before all of this gets sorted out. Potaga? I think so, too. We better keep it down out of here. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up, and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. I can't reach that brick. Okay. Hey, man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. I can't reach that brick. Okay. Ich kann mich aber auch keinen Zentimeter irgendwie bewegen. Aber ich glaube, das wäre sehr dumm. Okay. Wir machen dumme Sachen. Das ist doch Wahnsinn! Ich würde ihn ja da nach hinten in die Seitengasse locken. Okay. Okay. Ach du Scheiße. Ah, das sind Fernseher. Ich auch. Ich denke, du kannst etwas machen mit diesem? Du wißt, was ich könnte? Was ist das? Es ist Universal. Ich könnte es progleichen, um mit diesen Telefonn auf der Straße zu arbeiten. Ich hoffe, dass die Kraft immer noch auf. Du kannst einfach so machen? Ich habe alle die Kode, als ich in der A.V. Wir versuchen es. Kommt alle zum Fernsehgucken. Äh, was denn für eine Zeit? Ach, du heilige. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist doch sein Kumpel. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, was da passiert. Aber ich weiß nicht, wenn du da warst, wir würden für die Leben sterben. Ich weiß nicht, was da passiert. Ja. Wann du sie noch finden? Gib mir einen Moment. Wir erlösen ihn. Ich würde das aufrollen. Fuck. Ich weiß nicht, dass die Hände auf der Straße weggebracht haben. Ich würde mich nicht schützen, was ich gar nicht. Ich würde. Ich würde mich gar nicht einmal lieben. Ich würde mich vermischen. Ich würde einen Moment über demás mal wiederholen. Ich würde auch keinen Selbstbewusstsein. Errungenschaft freigeschaltet. Hey, Kumpel. Oh, Mann. Oh, nein! Oh, Gott sei Dank. Das müssen wir nicht machen. Ja, und jetzt? Okay. Aber ob wir da in der Apotheke wirklich alleine sind, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, wir müssen noch was ganz, ganz Schlimmes tun. Okay. Okay. Okay.